Und dann sind ja noch die anderen Mitspieler. Reicht ja nicht, wenn der Birn... Der ist alles für 30 Sekunden Ruck. So... Amerikaner. Bin ich. So, bei mir dauert das jetzt hier halt, wie ich die ganze Geschichte immer so hin und her kopiert habe. Ich bin mal raus, lass euch mal ein bisschen zocken und, äh... Ja, wir werden dann morgen mal anleuten. Ja... Du hast ein bisschen zynisch, wenn ich dir viel Spaß wünsche, aber ich wünsche dir viel Spaß. Ja, danke dir, bis morgen mal. Ciao. Ciao. So... Ich habe einen eigenen Squad drauf gemacht. Was ist sonst hier? Hier laufen schon wieder... Fahren die... Ja. Ich würde sagen, wir warten einfach mal, bis da vorne irgendwas passiert. Also irgendwer hat hier schon irgendwas markiert. Mhm. Die Chancen stehen ganz gut. Hast du deine Rolle? Jürgen. Dann mache ich meinen Squad drauf. Ich musste es ja hier levelen. Ah, es hat noch gar nicht angefangen. Sehr gut. Wir sind noch ganz am Anfang. Ja, also ich bin ja ein Freund von Rechner selber bauen. Da hast du diese ganzen Booms nicht. Ich mache das eigentlich auch immer. Aber... Ja, wenn du halt keinen Bock drauf hast. Was fahren die denn da zusammen? Ach, wenn ich hingucken. Man ärgert sich nur. Ist der LKW jetzt gegen den Panzer gefahren und musste da nochmal eine Runde drehen oder was? Gut. Da ist ja der andere LKW aus der Mitte schneller da. Wollen wir uns kurz wieder zu? Das... Moin. Moin. Das ist der Pjörn. Hallo. Falls der noch kommt, auch noch eine Chance hat. Der Jens hat vorhin geschrieben, dass er noch dazukommt. Da schreiben wir uns alle. Nein. Deswegen würde ich jetzt erstmal noch keinen weiter reinlassen. Lass mal erstmal zu viert bleiben. So, jetzt kommt hoffentlich die Garni. Ja, ja. Kommt gleich. So, da ist er. Geht halt auch wieder unter aller Saugen. Und was hat ihn jetzt davon abgehalten, das Ding einfach links am Strich zu bauen und warum steht es rechts am Strich? Keine Ahnung. Ja, aber es sieht ja ganz gut aus. Wir haben zumindest... Also... Ja, das war wieder ein bisschen fragwürdig. Ich weiß auch nicht, ob Charlie da oben jetzt was bauen kann. Ob das tatsächlich 200 Meter weg ist. Das bezweifle ich tatsächlich. Aber wir cappen zumindest schon mal die Mitte. Also es sind da vielleicht Dinge passiert, die so... nicht besonders schön waren, aber... offenbar lief es im Gegner-Team noch schlechter. Das ist ja immerhin schon mal ein Trost. Ich muss reden, wie lange ich jetzt schon wieder latscheibe. Ich bin immer noch nicht besonders näher an dem Punkt. Ich schmeiß jetzt hier gleich mal ein OP hin. Wenn wir vorne mal schief gehen, dann... Ach das. Ja. Äh, warum fährt denn hier ein Panzer? Vorsicht, lass dich nicht überfahren. Wie hat denn der mich jetzt getötet? Hat völlig in eine andere Richtung gezielt mit seinem Rohr. Das war der Aufklärungspanzer. Ach. Danke für die Info. Das wäre schön, wenn wir auch irgendwelche Aufklärungspanzer oder überhaupt Panzer hätten oder irgendwas. Wir hatten doch einen Panzer vorhin. Was ist mit dem passiert? Der ist schon wieder Geschichte oder was? Wir haben doch einen A-Täler. Der andere ist jetzt auch da und ist egal. So. Eine Minute bis zum nächsten OP. Ich würde übrigens sagen, wir gehen dann... Alter. Ich bin schon wieder beschossen. Wir versuchen dann mal in Angriff zu geben. Jetzt ist unser Panzer nicht oben. Und so viel auf Easymark. Das ist... ... ... ... ... ... ... ... Ich befürchte über Norden ist freies Feld. Da werden wir nicht viel reißen können. Warum? Warum haben wir hier die Dünke da? Ich versuch's auch mal über Süden. Komm mal nach. Ich versuch's mal über Süden zu gehen und da einen neuen OP zu setzen, dass wir in Angriff gehen können. Ich versuch's mal über Süden zu machen, dass wir in den Skripten vor... Was hast du gesagt? Ich hab ihn nicht verstanden. Da ist noch viel Infanterie scheiße. Und was mit Infanterie? Versteh' es noch nicht. Das ist doch... Egal. Das ist ein deutscher Lkw auf jeden Fall. ich glaube die gar nicht mit ja stemmen diese volt keks ist funktioniert das sowieso nie ist du musst ja das muss ja einstimmig sein panzer 4 auf bravomarker tschuldigung tiger auf bahn 4a tiger aufbauen so so wo ist denn jemand Lücke diesen dreckigen Zaun alter am besten die Straße runterlaufen falls du nach Süden läufst das ist dieser Stahldrahtzaun das ist irgendwie kacke so ich vermute hier in dem haus ist Feindinfanterie ich bin eben von da erschossen worden so 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 ja genau kollege er macht jetzt euren angriff und dann gewinnt ihr das hier und dann ist feier abzubauen morgen wieder im bett geben wasser genau baut ab sehr gut ihr habt doch gar nicht abgebaut ja irgendwie gab es gerade stress mit commander und des kotlidern hier ist jetzt mit der op weiter nach süden lukes bei der kanzlerkampen mehr auf der kreppel der kanzler aber aber update on the docks ok es heißt Isi, könnt ihr den weiter tracken? ich hab den im Haus ich versuch's was war das? ne satchel im Haus ich geh nochmal rein und guck nochmal da brauchst du nicht mehr rein zu gehen, die satchel sollte alles getötet haben was da drin war ok hm? nichts für unser Panzer scheinliche Garnison, bravo ganz sonst mag er akkurat Panzer 4, du fährst den Tiger direkt fürs Rohr äh, äh, Stuart ja, die andere ist bloß hundert Meter weg, wir müssen ein Stückchen laufen ja, heute ist der fies zu erwarten da kann man markieren für unseren Panzer ist schon markiert ja, unser Panzer ist natürlich kürzerin ja, heute ist wieder alles super frei, ne Tiger bei Bravo und Charlie Marker, äh, in Bewegung, dreht sich nach Süden so steht jetzt wieder stationär Tiger steht bei Bravo Marker, stationär, akkurat und ist nach Süden gerichtet so ja, unser Panzer wird jetzt sterben auf Charlie Leitwegel, Mark Lux, der deckt den Tiger ich hab mal ne OP gesetzt was hat dieser blöde Panzer da oben und ich befürchte wir verlieren das Ding weil die Gegner ja zu viele Panzer haben und wir keine oder unsere Panzerfahrer schlechter sind als deren Panzerfahrer ja, was passiert willst du dich auf der Linie mal nach der Garni fahren? also in der blauen Zone noch? ja, kann man machen das ist wahrscheinlich nicht mehr hinter der Hecke hier, oder? ja, aber unbedingt im blauen Bereich dann müssen wir noch ein Stückchen nach Süden gehen ja, ist gut sinnvoll den nach Norden, da sind wir zu nah dran naja, hier ist auch wahrscheinlich nicht, oder? wenn du auf die Karte guckst also ja oder wir gehen da rüber an die Hecke ja da, beim Wasser ja jo, leg mal hier ab dass nicht gut okay fling anfangen x ich versuche noch mal den op näher heranzusetzen ganz offensichtlich kann man mit der schrotwinte mehrere leute gleichzeitig töten sehr gut ich habe da dreimal reingehauen und zehn leute getötet so kommen zu kaltwerk bravo abends bin ich ein macker zu kaltwerk ist stationär ich bin im hard cap wo ist der panzer normal wo haben die ihre gar nicht sehe sie wird schon abgebaut glaube ich feind gar nichts weg aber die müsste sowieso schon geblockt gewesen sein so nah wie wir dran waren das ist ein hard cap zwei supply trucks auf bravo leitwinkelmarke akkurat auf penister panzer alles klar wir haben auf jeden Fall schon leute vorne im Mammutradar ja ich sehe und da kommt noch ein zwei ist der andere was ist da der panzer die frage ist bleibt jetzt jemand in der def ich weiß nur dass wir es nicht sein werden ich weiß nur dass wir es nicht sein werden ich weiß nur dass wir es nicht sein werden Krieger auf bravo, Panzermarkt in dem moment wo die abbrücke läuft, dann kommen wir auf ja liegt da oben im Mg auf dem Radar, Robert? warst du schon so weit vorne? der panzer ist ungefähr im sinken also bis jetzt wäre ich noch nicht geschossen jetzt wurde ich geschossen dann muss ich ein HB mit der sherlock-Pretter-Kill-Waffe und dann stehst du da selber die kamen die kamen direkt auf auch und ich hab ich nicht mehr alter ja hier ist ein reimpanzer aufgingen machen wir panzer auf weitermarker ja ich versuch's wieder über den süden die schmerze was denn david du weißt schon ganz genau ne erläutert das Spiel das war eine Anspielung das habe ich ganz genau gemerkt ich hab dir wieder so weit gehört die andere gar nicht war eigentlich auch schon ein Spiel drinnen ich bin dabei jetzt zu starten ja dann lass uns mal hier wieder ne bluse und gar nicht setzen ich glaube ich hab mich heute Abend das U-Bahn sich über ich muss nebenbei noch ein bisschen was schreiben ich versuch mal hier auf Pinkness zu bringen das Zeug mit dem Mädchen was ich dann kennengelernt habe ich wollte bei einem alten Arbeitskollegen und auch hab ich dann mit dem Mädchen noch also seine Tochter kennengelernt die ist aktuell noch 19 im Blick jetzt haben wir noch 20 der Panzer ist tot habe ich nur Macht läuft sehr schön ja sie ist vergeben keine Sorge du stehst auf Kinder oder wie ja jetzt ist selber erst 20 oder ich bin selber erst 20 tatsächlich haben wir Kontakt ja wo wäre dran warum ich eine Fußballbarschaft mit elf und zwölf jährigen trainiere alles klar dann greifen wir die mal an Feind gar nicht auf eine Marker mit Leiter und leider keine Munition mehr hier kommt jetzt in eine Halbkette auf Ding auf Ding genau was ist das Ding das ist schon ein Böd wenn man da vorne alleine steht wo stehst du denn alleine braucht ihr eigentlich irgendwas soll ich jetzt irgendwas spawnen hier ist die Halbkette ganz schön her nimm am besten mein Gewehr mit kannst du es direkt machen alles andere egal ne ich hab leider meine Seite dass du jetzt einen Panzer verbrauchst ach ich kann bald wieder ähm ist die einzige Bedingung ja so wenig muss man nur mitdrücken heute äh das kann ich glaube nicht genau hm musst du auch mal abdrücken und Leute treffen und so ja aber halt eben stand bei mir nur VIP-Scan beitreten das ist ja ja gut wenn ich zwei Munition bekommen könnte dann könnte ich die Halbkette machen und alter ich ähm das ganze Gelaber immer zu ne also im Moment stört es mich tatsächlich ein bisschen ja die können wir mal reinlassen ja wie lange noch? ich seh es nicht ganz ich seh es nicht ganz ich müsste eigentlich äh diese Nodes ah fuck der Barton scheint voll zu sein jetzt kann ich legen auf meinem letzten Ping war übrigens waren feindliche Nodes es gibt ein Airhead wenn ihr sterbt könnt ihr auch in den Airhead reingehen einmal einmal gar nicht für das Munition schlägen ja gerne gar nicht für das Munition schlägen ja gerne ja Panzer auf Charlie Mark unbekannt ach ja ja ich kann sie vergessen es steht vorher davor wir sind Panzer 4 ok der Bleibhack ist aufgeplatzt da ist auch unser Bleibhack der äh Garni die Garni ist weg da unten oder was? bei dem Garni Marker was könnte ich wollen keine Ahnung weil da schon so viele Leute von uns rum springen wer ist denn da noch? steht die Garni noch da unten oder ist die weg? die Garni Marker die Garni Marker ist es wieder weggekriegt hier schon hin ich weiß gar nicht ob ich überhaupt schon irgendeinen erschossen habe hier in der runde doch einen hast du erschossen echt? tatsächlich wir müssen jetzt hier das cap race gewinnen oder irgendwer muss in die dev gehen ich geh in die dev ich geh in die dev extra du bist Wahnsinn Scott dev ist verflüssig sein ah...laufen witzig etwa nicht laufen ist dein charakter erschöpft ich glaub das gibt sie nicht ich bin jetzt elfmal gestorben und bestimmt fünfmal davon nur irgendwie dumm gespeich worden hanser 4 auf item marker ich komm halt leider nicht vernünftig in den punkt rein ne da ist ja der dreckspanzer steht ja wir cappen halt auch ziemlich schnell ne das war eigentlich keine kommunikation oh shit jetzt cappen wir nicht mehr das ist scheiße ja wir cappen für hinten den punkt wieder wow das würde ich halt von hinten einer gar nicht erschossen sein keine Ahnung es ist einfach ob unsere teammates jetzt existieren oder nicht das machen einfach kein unterschied hier ist unserem squad oder generell ich würde sonst mit meinem squad erstmal in die Verteidigung gehen ja es kann doch nicht sein dass vor mir 20 mann von uns laufen und die team sind erschossen ich mach mal fix verstärken drauf wir haben zwischen 11 und 15 Uhr ok hier bin ich oh er sieht ja gut aus ich... achso ja ist beschissen ok ich... kurz vor 1 kurz vor 1 ich habe immer das Gefühl dass hier sehr wenig gegen die Panzer gemacht wird aber das kann auch aber das kann auch so viele tipps sein ja mach ich äh wenn die Z-Landschir wird dann macht dann die Überabgebung nicht mal rüber zur Reihe dass du schluss mit denen ja flair kommt im jens kannst du dich muten jens kannst du dich muten flair über dem Anker aufklärer kommt neu OP steht Tüli Entschuldigung ich habe bisher angefangen zu reden Toll, jetzt bin ich gerade beigetraint, jetzt habt ihr gewonnen. Ja. Ich habe sechs Gar-Perfektivitäts-Punkte gemacht. Wow. Das ist doch gut. Will jemand anders einen Squad aufmachen in der nächsten Runde? Vielleicht jemand, der einen Squad wieder noch nicht auf Level 10 hat? Ja, ja, ich merke das schon. Wie sie alle hier schreien. Genau, wenn du es nie machst, wirst du es nie können. Sanitäter. Das macht mir am meisten Spaß. Jens, spiel doch bitte eine sinnvolle Rolle.